Musik Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zum Casual Games Sunday, den Format, in dem ich euch Gelegenheitsspiele vorstellen möchte und heute spielen wir Elemental, ein Action-Indie-Plattform von iIllusions, gibt es für 7,99 Euro auf Steam und Welcome Noodle, ich presse Any Key. Ha, cool. Also ich habe vorhin mal reingeschaut, ich habe das auch erst seit ein paar Stunden und ich saß da und, boah, geil. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einem neuen Spiel und zwar vom Intro an. Und die Musik ist auch sehr toll. Don't walk behind me, I may not lead. Don't walk in front of me, I may not follow. So, just walk beside me and be my friend. Wir sind diese kleine Luftblase. Gloop, bloop, the journey begins. Und ich glaube, ich möchte hoch. I need to find the other elements. Wir müssen die anderen Elemente finden. Und die Musik, die ist echt klasse. Gefällt mir sehr gut. So, weiter, weiter, weiter. Wir müssen die anderen Elemente finden. I wish I brought my camera. Ja. Also hiervon würde ich auch gerne Fotos machen. Mit dieser kleinen Blase dürfen wir jetzt aber nicht an die Wände kommen. Nein. Wow. Okay, das war knapp. I'm not afraid of water. Ah. Oh. Ich aber. Weil das bouncet. Oh, knappes Ding. Ach. Es ist schon ein bisschen schwierig. Und vorhin habe ich das echt besser hinbekommen. So. Ja. Die Bäume tun uns übrigens nichts. Dann geht's hier. Oh Gott. Hier geht's weiter. Und im Moment können wir auch noch nichts anderes machen. Let me guess. This cave is getting smaller. Ja, es wird schmaler. Schmaler. Uff. Oh. Wrong way. Okay, das ist der falsche Weg. Also müssen wir hoch. Wenn das rot ist, können wir uns nicht mehr so hoch plöppen. Oh, der Kreis um uns rum. I've got a feeling we're getting close. Ja, wir kommen der Sache näher. The power of ice is within my reach. Oh, das Eiselement. Zack, das ist das Ziel. Eiselement unlocked. Wir sind ein kleiner Eisblock. If your energy turns red, you can only form ice. Forming air stone of fire consumes energy. Ah ja. Eis. Woohoo. I'm the coolest element. Find ich auch. Oh. Und wieder Eis. Yeah. Ich find's toll. Ja, hier wärme wieder eine Blase. Woohoo. Smooth. Was steht da? Smooth sailing. Wenn das so hell ist, kann man das manchmal schlecht lesen. Aber ich find's echt schön. Also das Spiel, wie die Aufmachung von dem Spiel ist. Eisblock. Oh, oh. Da ist Lava. Wollen wir nicht. Oh Gott. Mist. Huch. Wir landen ja hier. Oh. Oh. Wee. Hell yeah. Das macht echt Spaß. Woohoo. Awesome. Das fand ich extrem cool, als ich das das erste Mal gespielt hab. So. Hopp. Hopp. Almost died. Almost died. Hahaha. Okay. Das war ein Satz mit X. Oh. Das sah vorhin aber eleganter aus. Wee. Wee. Und wieder zurück. So. Stone Element unlocked. Wir sind ein Steinchen. Dieses Spiel hat 16 Level plus Team Tutorial und ein paar Bonus-Level. Forming stone multiple times lets you fall more quickly. Remember, you can always form ice. Hmm, dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. Oh, Eis. Daran hätte ich mal vorher denken können. Warte, ich versuche mal ein bisschen hochzufliegen und dann Schwung zu holen. Das klappt nicht so gut. Dann anders. Bam. Wui. Aber man muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass man mit den Tasten nicht durcheinander kommt. Dass man aus Versehen eine Blase macht, anstatt zu Eis zu werden. Oh, das, äh, naja. Gehen wir einfach so rüber. Ein bisschen Wind haben wir ja. Wow. Wow, 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 wow. Und ich glaube, die Sonne hier oben, die schadet uns. Oh. Das war sehr unelegant. Na, komm schon. Wui. Nein. Falsche Taste. Siehste. Das meinte ich. Wuhu. Wuhu. Haha. Oh Gott. Das wäre auch fast wieder daneben gegangen. Ha. Geschafft. Fire Element Unlocked. Das Feuerelement, also. Soul sparks refill your energy. Also kleine Sternchen. A pair out of thousand. A connection that yields time. A deeper look into those colorful eyes. What happens when love collides. Die Liebe. Part 1. Das Herz. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be fed with the heart. Ein Zitat von Helen Keller. Ich finde das schön, wie dieses Spiel mit Zitaten auch arbeitet. Ready? Ready. Oh. Feuerbälle sind auch nicht so widerstandsfähig. Wir versuchen mal schneller zu werden. Wonder where is this going? Hui. Ich mag Eis. Just go with the flow. Oh. Oh. Ich werde cremig. Oder so. Stand da. Ice cream med. Okay. Eis schmilzt also. Soul sparks refill my energy. Das heißt, wir haben mehr Energie. Was ist das schwarze da oben? Stop. Ah. Hab nicht genug Energie. Egal. Wir schmelzen mal. Wow. Nice. You are smart enough to figure this one out. Meinst du, wir sind schlau genug? Ja, bestimmt. Ähm. Soulpug found. Schön. Lost sparks recovered. Silver flag awarded. Aha. Es gibt hier in diesem Spiel auch einen Race-Modus. Man kann hier nämlich einstellen, dass seine, ähm, sein Geist quasi gespeichert wird online. Und dann kann man gegen die Geister anderer Spieler quasi antreten. So eine Art Wettrennen, wer als erster ins Ziel kommt. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Let's go find some soul sparks. Hui. Ich möchte da runter. Watch your head. Ja, ich versuch's. Da ist noch so ein soul sparks. Ah. Das wollte ich nicht. Sag mal. Ich will diesen Soul Spark jetzt haben. Na, ach Mist. Gut, dass hier so ein Speicherpunkt ist. Da ist er. Haha. Ach Mist. Ach nö. Das wird schwierig hier. Ah, Fresh Air. Hui. I mocked it. Da durch. Wunderbar. Und tap. Und die Musik ist einfach klasse. Und. Na komm. Dann halt so. Und wie kommen wir hier hoch? Hoch. 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 Blubb. Sehr schön. Ah. So kommen wir da hoch. Oh. Das war so nicht geplant. Oh. So aber. Hoffentlich. Nee. Das klappt nicht. Na. Oh. Das ist ein bisschen zu heiß. Hä? Hä? Nee. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier richtig mache. Ich glaube aber nicht. Ah. Kann doch nicht wahr sein. Ich kriege nicht genug Schwung. Ha. Hep. Oh. Ich bin sehr nah an der Sonne. Nicht gut. Ich bin sehr nah an der Sonne. Ich bin sehr nah an der Sonne. Ich bin sehr nah an der Sonne. Ah. Möw. Sä. 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 zu erhalten. Das ist doch... Okay. Ah, wir haben ziemlich lange gebraucht. Geht das so? Nein. I can gently float above lava. Gently? Nein. Der Stein dann? Oder... Nee, der auch nicht. Gently. Meinst du den? Nee. Doch, der muss gemeint sein. Nee, doch nicht. Okay. Ach, in Sicherheit. Jetzt hätte ich fast Mist gebaut. Guck mal, da unten geht's lang. Ja, mach schon. Nee, das war nichts. Hm. Na klar. Oh, danke schön. So, schmilzt nicht mal. Dankeschön. Dann kann ich auch hier durch. Das ist so praktisch. Mi, 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 mi. Hallo? Das war nicht sehr nett. Nein, 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 nein. Nicht nett. Das klappt doch so jetzt nicht. Weil ich muss erst mal zum Stillstand kommen. Äh. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Braucht man schon ein bisschen Skill. Ich hab nach unten gedrückt, aber das Teil war rot, ne? Ja. So ein Mist. So. Hier braucht man auch echt ein bisschen Geduld für. Wo ist mein Stunt-Double, wenn du ihn brauchst? Das da links interessiert mich. Ich kann aber mit dem Feuer nicht nach links steuern. Äh. Stopp. Was macht das Grüne? Radioactive. I'd better avoid that. Huh. What is this? Wieso bewegt sich das? Attacke. Wee. Ah, ich komm jetzt gerade nicht höher. Ah. Wee. Und zack. Da oben ist auch schon langsam. Deziel. Was ist denn das? Huh. Werden wir mal nicht übermütig hier. Mein Haar ist all messed up. Welche Haare. Ach, warte mal. Oh. Mann. Ich krieg's nicht hin. Oh. Oh. Dann wollen wir mal versuchen, darüber zu kommen. Komm, das schaffen wir. Wee. Und hepp. Na geht doch. Ich find's schön. Das beruhigt mich. Manchmal braucht man sowas ja. So nach einem anstrengenden Tag. Du bist voll gestresst. Ich finde, da ist das genau das Richtige. Bisschen was zum Nachdenken. Bisschen was, wofür man Skill braucht. Und dann auch noch diese wunderschöne Melodie. Deeper Drown the Rabbit Hole. Haha. Hä? Hä? Oh. Och Mann. Man muss echt drauf achten, wie man seine Finger hier benutzt. Weil man spielt das ja mit den Pfeiltasten. Aber wie komm ich da jetzt am besten rüber? Da! Wir schaffen das. Oh. Hoppla. Soll erstmal meine Finger hier wieder orientieren. Ja, das war schon mal blöd. Okay. So. Das war schon mal gut. Nein! Bitte nicht wieder von Anfang. Das wird echt schwer. Das wird echt schwer. Erwartet man zunächst von dem Spiel gar nicht. Ich glaube, dass das auch so niedlich aussieht. Alles klar. So. Werde geschmolzen. Uh. Wann werde ich eigentlich wieder... härter? Full speed ahead. Cool. Uff. Er hat fast schon wieder die falsche... Äh... Full speed ahead? Ja, üben wir nochmal. Er hat fast schon wieder die falsche Taste erwischt. Full speed ahead. Ja. War wohl nix. Na, ich komm so nicht rauf. Nein. Nein, 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 nein. Nee, das klappt so nicht. Das klappt so nicht. So kann ich es echt knicken. So, das war full speed. Hui. Hup. What's this with all this lava? Geschafft. Gerade noch so geschafft. Und da ist wieder... Ah, das ist nicht... Gesund. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Das ist nicht gesund. Das ist nicht so weit hinter... Oh, Gott sei Dank. Das war cool. Now we're getting somewhere. So. Ja. Das macht echt Spaß. So, und rein da. Wunderbar. Race Mod unlockt schon wieder. Alles klar. Ich würde sagen, ein Level machen wir noch. Ach, das war schon die erste Welt. Es gibt vier Welten. Wir schnuppern noch in die zweite Welt. Part 2. Mind. Ah, Herz und Verstand. If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what then is an empty desk a sign? Albert Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein. This should be a good climb. Was? This should be a good climb. Ich lese schon wieder nur, was ich lesen will. Oh, voll verpasst. Kannst du schwimmen? Ja. Kann es. Aber auch irgendwie nur an der Oberfläche. Und Feuer geht hier gar nicht, ne? Nö. Natürlich nicht. Wie komme ich auch auf diese absurde Idee? Oh, falsche Taste. Sorry. Was ich mich gerade eher frage, ob ich da hoch kann. Weil, pass mal auf. Da. Das da. Was ist das? Okay, ich lasse es einfach. Ich lasse es einfach. Maybe we'll meet Jacques Custard. Okay. Or James Cameron. Na, wer weiß. Ha! Stop. Wee! Wer weiß, wer weiß. Vielleicht treffen wir auch Cameron Diaz. Wee! Oh, was ist das denn? Das sieht süß aus. Und das sieht mir hier auch... Äh! Eher aus wie eine... Eis... Welt irgendwie. Oh Mann. Warte. Ich muss hier mal direkt in die Mitte. Okay. Okay. Was ist denn hier los? Wie soll ich denn da hochkommen? Hm. Das schiebst... Äh, schiebst. Schiebt mich ja kaum nach oben. So hoch komme ich nicht. Hä? Wohoho. Wohohoho. 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 I'd better not get my feet wet. I'd better not get my... Feet wet. Ah, das war cool. Ich... Ich gehe mal hier rein. Und Bäm. Ach. Irgendwas mache ich noch falsch. Klapp. Okay. Oh. Ah, wir starten wieder hier. Das ist doch schön. Okay, Konzentration, bitte. Und die Musik ist ja auch gerade etwas hektisch. Das Feuer fand ich schöner. Jetzt auch noch beschweren. Wo kommen wir denn hier hin? Ui. Great. Oh nein. Nicht sehr schön. Warte, ich will nochmal. War das R? Ja. Ah. Mit R gelangen wir zum letzten Checkpoint. Hui. Das waren zu viele Tasten auf einmal. Ach. Wie klingt das hin? Hui. Ach. Aber ich bin wieder hier. Das ist gut. Where are those Yetis? Ja, wo sind die Yetis? Super. Ach, die Musik ist mir gerade ein bisschen zu hektisch. Lost Sparks recovered. Ich denke, das sind diese schwarzen Löcher, die wir da gerade gefunden haben. Oder dieses eine schwarze Löchlein. Gut. Aber ich würde sagen, das war es für heute für den Casual Games Sunday. Ich finde das Spiel echt schön. Also Hut ab. Und ja, falls ihr noch weitere Vorschläge für weitere Gelegenheitsspiele habt, die ich hier vorstellen könnte, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ihr zu Vorschlägen weitergeleitet werden, wo ihr eure Vorschläge abgeben könnt. Zum Formular für Vorschläge. So. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018